Glück auf, liebe Aufwands, hier ist euer Skala. Ich grüße euch hier direkt aus dem Trainingslager in Bad Blankenburg, wo wir uns hier unter optimalen Trainingsvoraussetzungen auf die neue Saison vorbereiten. Es macht hier richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, wir geben jeden Tag Vollgas. Und des Weiteren freuen wir uns natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit euch, damit wir alle zusammen eine erfolgreiche Saison spielen. Und ja, liebe Grüße nach Awe.